Und dann endlich wieder die Standard-Bands. Das ist doch deutlich schöner zu sehen. Da muss man nicht überlegen. Nee, Quatsch. Also eigentlich mag ich schon, wenn ein bisschen Variation in den Bands noch drin ist. Aber gut. Wir haben Seratul gebannt von SK Gaming. Whisky Coker holt sich den Band auf Stitches. Und First Pick gibt's von SK, nämlich Tassada. Whisky Coker antwortet mit einer interessanten Wahl. Arthas und Muradin. Das ist so eine Sache, die hat halt Orteleid sehr, sehr hart zukommen lassen. Weil die hatten dann immer das Problem, okay, wir haben keine von den guten Kriegern. Diesmal ist auch wieder Stitches rausgenommen. Und ja, was nimmst du dann? Tyrael hat jetzt ein leichtes Comeback gemacht. Und den sehen wir dann auch bei SK. Ist natürlich ein bisschen dumm. Ich müsste hier irgendwie das verdecken können, dass ihr es auch richtig in der Reihenfolge seht, wie der Draft von Dutton gegangen ist. Aber es ist halt 1, 2, 2, 2, 2, 1. Also Standard Pick, der eigentlich fast von allen Ligen eingesetzt wird. Wie lange geht der Cast noch? Na, es gibt noch drei Spiele. Das heißt, so ungefähr anderthalb Stunden. Nach dem nächsten Spiel würde ich nochmal einen Key raushauen. Und wenn dann nochmal ein paar mehr Viewer auf den Stream kommen, würde ich nochmal nach dem letzten beiden Spielen einen Key raushauen. Xbox Zero, ich sag Bescheid, wenn es den nächsten Raffle gibt. Also ich mach das dann zwischen dem nächsten Spiel, dass ihr quasi im Spiel Zeit habt, den Raffle zu machen. Und es werden auch in den nächsten Tagen Keys rausgegeben. Ich hab noch eine ganze Menge Keys. Das heißt, da haben wir noch über die nächsten Tage und Wochen Zeit Keys rauszuhauen. Gut, ja. So, als Antwort auf Arthas und Muradin kommt Valor und Uther. Gut, sie wissen, okay, einen guten Warrior kriegen wir eh nicht mehr. Das heißt, sie können sich aufsparen, den Warrior picken, stattdessen schauen, dass sie halt ein paar gute Assassins klauen. Uther, finde ich okay, weil sie halt darauf bauen müssen, einen guten CC schon früh zu kriegen. Und da CC, wenn du halt die Oberhand an Assassinen hast, ist dann Uther doch ein bisschen besser. Und dann die Antwort von Whisky Coker, Brightwing und Sergeant Hammer. Absolut in Ordnung, kann man nichts gegen sagen. Thrall und Tychus. Ja, Thrall, man sieht halt die Strategie von SK ist auf jeden Fall orientiert an den Assassins. Und dann halt eben mit Uther und Tychus als CC und als Initiator für die Kämpfe. Es ist eine gute Wahl, weil das kann sich halt sehr schön ergänzen. Kann man halt einen guten Doppel-CC raushauen. Und mit Thrall kann man dann schönes Zoning betreiben. Das können wir uns dann nachher hoffentlich auch wieder in den Replays angucken. Ja, und Whisky Coker als Final pickt dann Tychus. Sehr interessant, dass Tychus als letzter gepickt wird. Sagt mir so ein bisschen, entweder ist Whisky Coker und SK nicht so beliebt mit Tychus oder nicht so gut mit Tychus. Oder er ist aus dem Meta jetzt schon rausgefallen und hat einen würdigen Ersatz gefunden eben mit anderen Helden. Ich meine, Nazibu ist ein bisschen in die Bresche gesprungen. Vela war ja ohnehin immer schon sehr, sehr stark. Sergeant Hammer ist in die Bresche gesprungen. Trommeln mal Leute zusammen. Sehr gut. Ich warte immer noch auf das Replay. Da hat sich bis jetzt noch nicht so richtig getan. Ich kann euch schon mal die nächste Map verraten. Ist vielleicht für die Pics auch nochmal interessant im Hinterkopf zu behalten. Denn es ist Garden of Terror. Und gerade dann in Garden of Terror macht Sergeant Hammer doch Sinn. Ich meine, die macht ohnehin Sinn. Was mich dann doch ein bisschen erstaunt, keinen Falstead zu sehen. Weil es ist eine große Map. Da hilft Falstead einfach schön. Da kann man sich mal so ein paar von den sicheren Seeds sichern. Und dann hilft uns Falstead ganz gut. Aber immerhin ein bisschen mehr Mobilität auf der Seite von Whisky Coker durch Brightwing. Gefällt mir gut. Und wie gesagt, wohin haben sie ja gegen... Welches Team war das nochmal? Ach, ich bin so grottig, was das angeht. Whisky Coker gegen El Nexo war das sogar. Wo wir das Spiel von letzter Woche noch gecastet haben. Da hat sich Whisky Coker einfach verdammt gut geschlagen. Also gerade im Early Game hätte ich nie von ihnen erwartet, dass sie das so gut hinkriegen. Und mit dem Line-Up, was sie jetzt haben, denke ich, stehen sie auch ihren Mann. Arthus und Muradin hilft halt immens, das gegnerische Team einzuschüchtern. Weil da hast du halt nicht einen Tank, den du fokusten musst, sondern zwei. Und wenn du halt, wie wir das vorhin bei den Spielen gesehen haben, beides Mal, wo Stitches auch zum Spiel kamen, wo jedes Mal der Fokus auf Muradin gesetzt wurde, weil er der einzige Tank war, ja dann kannst du halt das schnell in deine Richtung kippen. Muradin ist jetzt nicht der tankigste Tank, wenn das irgendwie Sinn macht. Dementsprechend den rausgefokust und schon hast du den kompletten Teamfight unter Kontrolle. Da kann halt nicht mehr so viel kommen. Ich meine gut, eine Sagara hilft dann auf deiner Seite noch, wenn du da einen guten Maw setzen kannst und irgendwie das andere Team wieder so ein bisschen wieder kontrollieren kannst. Da mal wieder zwei, drei Leute rausnehmen für die Sekunden. Aber das ist halt nicht alles. Gut, wo bleibt das Replay? Ah, es sollte jetzt da sein. Ich weiß nicht, ob Kaldor, ich weiß nicht, ob Kaldor mit Delay streamt. Eigentlich müsste er. Sonst sollten wir jetzt theoretisches Replay gleich kriegen. Ich stresse mal den lieben Irkan nochmal kurz. Quality Mojo, darfst du Französisch sprechen? Naja, wenn du der Einzige bist, kannst du gerne mit dir Französisch sprechen. Es gibt auch noch einen französischen Stream. Der läuft auf, ich glaube, team-triple-a, also dreimal A. Komm schon, Irkan. Muss ich mal Kaldor anhauen. Notfall. Aber ich hoffe einfach mal, dass Irkan. Ja, genau, sprechen darfst du. Hab auf jemanden reagiert. Eine ganz andere Sache. Ah, thanks. Okay, Kaldor streamt anscheinend ohne Delay. Hm, ob das die Teams so gerne sehen? Na, komm schon. Garden of Terror. Keine Werbung für die Konkurrenz. Ach, Quatsch. Französische Konkurrenz. Los, komm schon. Start das Replay. Also eigentlich müssten wir das Replay gleich haben. Aber irgendwie... Doch, jetzt geht's so ein bisschen voran. Ja, jetzt kommt's. Irgendwie hat er gerade eine sehr holzige Leitung. Aber in der Zeit kann ich mal kurz das Ganze updaten, dass wir jetzt SK gegen Whisky Coca haben. Ne, warte mal. Hatte ich das schon geupdatet? Das hab ich schon beim letzten Stream gemacht haben. Gut. Aber umso besser. Whisky Coca. Bin echt gespannt. Whisky Coca mit so einem guten Line-Up. Da haben sie doch durchaus eine gute Schock... Ups, sorry. So, Replay ist da. Schieb's schnell rüber und dann kann's losgehen. Den Draft habt ihr gerade gesehen. Das haben wir. So, jetzt fehlt eigentlich nicht mehr allzu viel. Na, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Gut. Start rein. Und es kann losgehen. Kein Whisky Coca. Denkt ihr auch bei Whisky Coca immer an Whisky Cola? Irgendwie, das war das... Als ich den Namen das erste Mal gehört habe, hab ich sofort diese Assoziierung gehabt. So, Garden of Terror. Irgendwie meine... Ja, also die unbeliebteste Karte für mich auf jeden Fall. Ich mag sie ganz und gar nicht. Aber nichtsdestotrotz, lasst uns loslegen. Auf der linken Seite, als blaues Team gespawnt hier auf Garden of Terror, haben wir SK Gaming. Und sie haben Araragi auf Tychus. Bakery spielt Valor. Samani spielt Thrall. Beasy ist mit Tesla unterwegs. Und Link spielt Uther. Ihre Gegner auf der rechten Seite als rotes Team gespawnt. Team Whisky Coca. Sie haben Kumato Boss als Brightwing. Snitch auf Arf ist unterwegs. Nasty spielt hier Sgt Hammer. Und in der Midlane, da haben wir F on top. Auf Muradin, wie schon im ersten Spiel heute Abend. Und in der Botlane, da ist Roll. Und er spielt Tychus. Und ich glaube, auch das hatten wir schon heute. So. Da versucht sich SK doch direkt in eine Ganking-Position zu bewegen. Und wir haben einen Triple-Stack hier oben auf Seiten von Whisky Coca. Das ist ein sehr, sehr potenter Triple-Stack. Der ist durchaus überlebensfähig. Und hat auch ein bisschen CC. Also da muss Thrall auf jeden Fall aufpassen. Aber auch Tychus muss hier unten aufpassen. Denn auch hier ist ein bisschen was an CC da. Und einiges an Schaden mit Bakery und Beasy. Also da muss er sich durchaus in Acht nehmen. Und da sehen wir auch schon. Die können hier auch schon direkt den ersten Zielstermisch raushauen auf den Tower. Kümmert sich da gar nicht, dass er schon Schaden nimmt. Ja und der Tower ist schon die Hälfte an Energie verloren. Hier oben sieht es ganz ähnlich aus. Ja, auch da der Tower ist schon auf die Hälfte der Energie runter. Und auch Samoni muss aufpassen. Da hilft halt so ein Siege-Tank einfach immens aus. Der bleibt einfach in der Range drin. Sie müssen einfach nur die Minions aufhalten. Und das machen sie auch wunderbar. Die hintere Minion-Wave kommt noch mit nach. Und Samoni wird jetzt hier direkt schon seinen ersten Tower verlieren. Dementsprechend sehr, sehr guter Siege-Damage bisher auf Seiten von Whisky Coca. Top Tower fällt. Ja, 5000. Unten 4300. Oh, Tesla hat hier gerade Weller überholt. Gar nicht mal so schlecht. Und Samoni verliert jetzt hier demnächst seine schützende Mauer. Und seinen schützenden Turm. Aber zuerst kommt die Nacht. Und damit ist es an der Zeit, die Samen der Pflanzen zu sammeln. Und ich habe auf der linken Seite hier diese paar Seeds, die man eigentlich fast kostenlos kriegt. Denn die bieten nicht wirklich Paroli. Die kleinen, die cleart man zuerst. Und dann wartet man auf sein Team, um den großen Garden Terror anzugehen. Und so machen das hier auch wunderbar. Währenddessen Brightwing bleibt in der Lane. Hält Arthus davon ab, hier irgendwie ein bisschen noch entgegenzuhalten. Und hier unten, da schnappt sich SK Gaming den ersten Garden Terror. Arth Wall ist unter Problemen leichter Beschuss. Aber das Tor war halt noch nicht weg. Sonst hätten sie, glaube ich, den Kill gekriegt mit einem guten Critterize. Das hier Kumato Boss gespielt hat. Und jetzt holen sie sich doch den Garden Terror. Aber Muradin fehlt da. Trotz allem, ich finde die Strategie, die hier Whisky Hooker spielt, gar nicht mal so schlecht. Weil sie dadurch halt die XP in den Lanes halten. Sie hatten Brightwing die ganze Zeit in den Lane. Sie hatten Muradin in den Lane. Und erst jetzt wechseln sie rüber. Verlieren dadurch halt deutlich weniger XP. Und haben schon einen ganz guten Vorteil, sich rausgearbeitet. So, und damit auch schon beide Teams jetzt hier auf 90 Seeds. Ganz even. Lange nicht mehr gesehen, sowas. Und Roll hält hier unten bis jetzt ganz gut. Aber jetzt hat ja der Turm schon keine Munition mehr. Das Gate ist auch schon fast da. Und das heißt, er muss sich deutlich defensiver stellen. Sonst hat er eine große Gefahr hier mit Link to Bakery und Beasy am Start. Ja, stellt sich natürlich auch viel tiefer. Stellt sich da direkt ans Fortran. Das hat noch ein bisschen Munition. Dementsprechend ist er da halbwegs sicher. Und beide Teams holen sich jetzt hier im Bruiser Camp. Oben ist es schon genommen auf Seiten von Whisky. Und ich glaube, damit können sie jetzt durchaus einiges an Schaden austeilen aufs Fort. Und Samony muss sich in Acht nehmen. Und gehen sie direkt mit dem Triple Stack und Bruisern rein. Das sieht ganz so nach aus. Jetzt möchte ich jetzt hier Samony irgendwie rauslocken. Nasty lockt ihn an. Da kommt der Chain Lightning. Macht ein bisschen was an Schaden. Sie nehmen hier auch natürlich schön die Mauer noch am Rand raus. Einfach um Sicht zu denen ein. Und Samony, ja. Er wagt sie einfach mitten rein. Noch hat es den Schadenhut nicht wieder. Jetzt ist er gleich wieder verfügbar. Acht Sekunden noch. Ja, aber die Bruiser schon fast erledigt. Und da kommt noch das restliche Team rein. SK überlässt hier nichts dem Zufall. Kümmern sich endgültig hier um die Bruiser. Und damit, ja, konnten sie das Fort nochmal retten. Aber ich meine, da sind keine Türme mehr. Da sind keinerlei Mauern mehr. Dementsprechend ist die Gefahr halt immer wieder da, dass Whiskycoker dann mal schnell vorbeischaut und schnell den Schaden raushaut, um das Fort rauszunehmen. Aber beide Teams jetzt sehr ausgeglichen, was ihre Level angeht. Und auch die Erfahrungspunkte fasst gleich auf. Schauen wir uns mal die Skills an. Wir haben Multishot bei Vela. Hier oben bei Tychus Protection and Death. Damit kriegen seine Verbündeten noch ein kleines Schild, wenn er stirbt. Dann Amplified Healing. Und Reciprocrate gibt es unten noch. Sehr, sehr gut das dann hier von F on Top. Aber es reicht nicht ganz aus. Da kam der Route von Snitch ein bisschen zu spät. Und ja, Whiskycoker, die gehen hier gut auf Heilung. First Aid mit rausgehauen auf Tychus und auf Sgt Hammer. Also ein sehr, sehr gutes Sustain Build. Hat halt vorhin für das Team mit zwei Tanks nicht so gut geklappt, mit dem harten Sustain und immer wieder auf Sustain zu gehen. Da hat es einfach an Schaden gefehlt. Mal gucken, ob das auf Seiten von Whiskycoker besser aussieht. Noch haben sie hier einen leichten Vorteil und könnten sogar sich das schnellere Level 10 und damit die schnelleren Heroics und eine gute Position, um den Teamfight zu forcieren, durchaus im Bereich des Möglichen für das Team. Ah, in Frankreich sagt ihr Coca für Cola. Und Whiskycoker ist ein französisches Team. Dann macht das Sinn. Dann macht das alles viel mehr Sinn. So, jetzt kommen die Level 10 Talente, aber fast zeitgleich für beide Teams. Keine Überraschung. Ähm, ja. Keinerlei Überraschung bisher. Hier oben gibt es Judgment natürlich und Sundering. Da gibt es den Archon. Also wirklich null Überraschung. Oh, Bakery ist da ein bisschen Trouble, aber Komatopos, der wagt sich ganz schön weit raus. Versuchen sie unten zu drücken, zusammen mit den Siege Tanks. Äh, Siege Tanks. Siege Giants natürlich. Und Aragi, Bakery halten dagegen. Aus allem, das ist 3 gegen 2 plus die Siege Giants. Jetzt kommt Link noch mit dazu. Die Hilfe wurde auf jeden Fall gebraucht. Oben liefern sich Thrall und Sergeant Hammer einen guten Kampf, aber da wird Nasty auf jeden Fall den Kürzeren ziehen. Thrall ist ein sehr, sehr starker Kontrahent in der Solo-Lane. Da muss man auf jeden Fall aufpassen. So, und, ähm, während das Spiel hier läuft, habe ich euch natürlich den nächsten Beta-Key versprochen. Also folgt einfach dem Channel, äh, folgt mir auf Twitter und Facebook oder Facebook, wenn ihr, oder Twitter oder Facebook, wenn ihr nicht beides habt. Und dann gebt ein Raffle. Und nach dem Spiel, ups, nein, das war dumm, das war dumm, das wollte ich nicht machen, gleich haben wir es. Ähm, nach dem Spiel gebe ich euch dann bekannt, wer der Sieger ist, wer hier den Raffle gewonnen hat. So, wo haben wir es? Hier haben wir es. So. Also, mit Raffle könnt ihr jetzt, ähm, euren, euer Ticket für ein Beta-Key gewinnen. Beide Teams sollten jetzt eigentlich in ihren Garden-Tro-Power, äh, Garden, ähm, Garden-Terror springen. Ah, Aragi hat das schon gemacht. Und auch auf Seiten von Whisky-Cooker ist es soweit. Die haben immer noch ihren halben Level Vorsprung. Mal gucken, wie das jetzt aussieht mit dem Garden-Terror. Da ist nämlich jetzt SK schon in einer guten Offensive, können jetzt schon die Türme in der Midlane rausnehmen. Und bis jetzt hält nur Snitch dagegen. Da müssen sie ein bisschen mehr wagen. Sehen wir hier den Kampf wieder der Garden-Terror. Ist immer so ein bisschen dieser Tanz hin und her. Kein Team wagt sich da wirklich zu weit raus. Aber bisher machen sie das echt ganz gut. Und jetzt kann hier Whisky-Cooker in die Offensive gehen. Und konnten da auch einen ganz, ganz guten, äh, Overgrowth setzen. Nehmen direkt auch beide Türme raus. Ähm, wichtig ist, dass man den Overgrowth quasi hinter den Garden-Terror setzt. Dass der ein bisschen länger am Leben bleibt. Und ein bisschen mehr Chance hat, äh, vielleicht Schaden auch zu machen. Uh, sehr, sehr gutes Mesmerize hier unten. Äh, beziehungsweise Critterize auf Ufer und Samony. Und Snitch hat halt noch ein paar Sekunden übrig. Hat aber auch viel, viel Energie verloren. Während dessen drückt hier unten Aragi auch weit durch. Das Fort nimmt doch massig Schaden. Das ist halt das Problem. Wenn man nicht mit diesem Overgrowth klarkommt. Äh, und da irgendwie einen hinschickt, um das, um diesen Pot zu zerstören. Dann macht er halt einfach krass viel Schaden. Das heißt, das ist die Alternative zu diesem Garden-Terror-Kampf. Dass halt einfach einer die Lane komplett wechselt. So, und Snitch will er hier noch was wagen. Ne, der ist komplett, komplett raus. Er hat nur noch sechs Sekunden übrig. Uh, F on Top möchte was versuchen. Geht sie nochmal rauf? Ja, schön Aragi rausgefokust. Da kommt das Sundering nochmal. Drückt hier Nasty weg. Aber Aragi nimmt super viel Schaden. F on Top versucht da nochmal rauszuspringen. Rawls springt auch davon. Tür geht drauf. Aber auch Muradin geht hier drauf. Jetzt müssen sie aufpassen. Snitch ist der Einzige, das da unten noch auffällt. Uther wird rausgefokust. Kommt sie jetzt schon mal da vorne? Es sieht ganz danach aus, als wenn er nochmal hochgeheilt wird. Alle so extrem niedrig. Und, wow, der Doppelkill hier auf Seiten von Sgt Hammer. Wunderschön gemacht. Whisky Coker. Das erste Mal, dass sie hier wirklich eine sehr, sehr schöne Aktion bringen. Die Jungs lernen es langsam. Sie kommen hier an in den Top-Ligen. Das hilft natürlich, wenn man in der HCA und in der HPL spielt. Dass man halt einfach die Erfahrung langsam gewinnt. Und da auch mithalten kann. Und halt gegen diese richtig guten Teams spielt. Jetzt können sie das Bruiser Camp klauen. Vielleicht auch das Seed Shine Camp. Aber die Timer waren halt noch ein bisschen niedrig. Trotz allem, das sind zwei Level Vorsprung gerade. Für Whisky Coker. Gar nicht mal so schlecht. Schauen wir mal an, was sie hier so an Talenten gewählt haben. Burning Rage haben wir hier für Tyrael. Da unten gibt es den Shrink Ray von Tassadal. Den sieht man leider zu selten. Und ich finde den eigentlich sehr, sehr stark. Relentless für Tychus. Rewind natürlich für Muradin. Und auch Brightwing. Da gibt es den Giant Killer für Sgt. Hammer. Und das Spell Shield für Arthas. Und jetzt macht Whisky Coker eine sehr interessante Sache. Weil sie verteilen sich auf der Karte. Das ist extrem gefährlich, was sie machen. Verlieren auch direkt das Fort dafür. Können aber sich Bruiser halt oben sichern. Hatten ja unten schon die Bruiser sich geholt. Beziehungsweise die Seed Shines und die Bruiser vom gegnerischen Team. Aber sie halten halt den Druck aufrecht. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt müssen sie wieder zusammen kämpfen. Und vielleicht auch noch den nächsten Teamfighter an sich reißen. Sie sind fast Level 16. Die paar Sekunden müssen sie noch abwarten. Jetzt sind sie Level 16. Was kommt da? Executioner auf Seiten von Sgt. Hammer. Criterized by Redwing. Stoneskin für Tychus. Da kommt Stoneform für Muradin. Und nochmal Stoneskin für Arthas. Muradin holt sich natürlich... Ja doch, Stoneform. Stimmt alles. Wunderbar. Ja, das Problem ist, jetzt ist Nacht. Jetzt wollen sie eigentlich sich ja die Seeds holen. Aber sie können trotzdem versuchen, den Kampf zu forcieren. Wither wurde schon mal rausgebrandet. Und Sameni nimmt da einiges an Schaden. Wird direkt mit dem Critterize rausgenommen. Aber Araragi kommt rein mit Judgment. Ist jetzt komplett gefangen hier in der Mitte zwischen allen. Ein guter Bodyblock von Nasty. Und da wird auch Tyrell rausgenommen. Kann er vielleicht noch einen Bomb besetzen. Aber Snitch, den juckt das nicht allzu sehr. Nasty zündet nochmal schnell First Aid. Und da oben wird auch die Jagd angesetzt. Aber ich glaube, sie kommen ein bisschen zu spät. Können sich jetzt vielleicht noch eine Rotation wagen. Aber ne, es geht einfach darum, jetzt noch die nächsten Seeds zu kriegen. Garden Terror wächst schon. Mal gucken, wer hier zurück geht. Bin ich sehr gespannt. Könnte Muradin sein. Aber ne, es ist Arthas. Der hält natürlich auch einiges aus. Kommt da auch davon. Oh, Link versucht hier irgendwie das Ganze zu stoppen. Ich weiß nicht, ob sie ihn gespottet haben. Sieht nicht so aus. Ne, das haben sie irgendwie gar nicht mitbekommen. Dass Link da mit am Start ist. Und so kriegen sie jetzt hier die nächsten Seeds. Vielleicht schaffen sie es bei SK sogar zu verhindern, dass die noch die restlichen 6 kriegen. Das wäre natürlich ganz immens. Acquery versucht es da auf die rechte Seite ran. Ah, sehr gut hier. Schon mit dem Critterize auf der rechten Seite. Das läuft verdammt gut. Und Snitch, ja, wieder gut Overgrowth gesetzt hinterm Garden Terror, sodass sie nicht so viel Schaden nimmt. Minions aufgehalten, Schüsse eingefangen. Also dieses Placement ist halt extrem wichtig. Wenn man wirklich das Beste rausholen will. Und ja, sie können es verhindern. Ähm, ja, sie können es verhindern. Keinem Blue Team Terror. Den fehlen einfach die 6 Seeds. Und die schnappen sich jetzt hier alle Whisky Cooker. Die haben sogar den nächsten Garden Terror schon verfügbar. Das heißt, sie können ihren Vorsprung weiter ausbauen. Ich hätte nie gedacht, dass Whisky Cooker mal in so eine Situation kommt. Und ich gönne es ihnen absolut. Die haben einen super Start hingelegt. Und haben auch einen sehr, sehr schönen Drive draus geholt. Und wenn sowas hinzukriegen, das gönne ich ihnen. Aber können sie jetzt hier noch mehr ausrichten? Man muss natürlich auch aufpassen, dass sie jetzt nicht zu bald sich vorwagen. Sie haben nur einen Level-Vorsprung. Level 16, da haben wir Blood for Blood auf Tyrael, auf Valor. Second Strike, Bethesda, Tempest Fury für Brawl und Imposing Presence für Uther. Das hat hier schon einiges an Schaden genommen. Dementsprechend müssen sie sich jetzt hier einfach zurückwagen. Also gehen hier gar kein Risiko ein. Ein 2-Level-Vorsprung ist gut, aber ja, warum zu viel riskieren? Sie haben ja noch einen Garden Terror übrig. Jetzt müssen sie mal aufpassen, dass da nicht irgendwie noch ein Engagement kommt auf Seiten von SK. Die freuen sich natürlich, wenn sie irgendwie noch einen kostenlosen Helden abgreifen können und damit einen guten Start in den nächsten Teamfight haben. Aber das passiert hier nicht. Oh, wobei, wurden sie gesichtet? Ich glaube nicht. Sieg Giant Camp wurde genommen. Das heißt, kein Stil mehr möglich. Er von Top steht da sehr, sehr offensiv. Geht auch direkt in die Avatar-Form. Versucht, Sameni rauszunehmen. Aber Linkt ist der Erste, der drauf geht. Brightwing fällt allerdings auf Seiten von Whisky-Coker. Snitch auch schon sehr, sehr hart angeschlagen. Araagi versucht von der linken Seite jetzt an Snitch heranzukommen. Versucht irgendwie auch auf Roll zu gehen. Der soll doch den Fokus hier abkriegen. Aber Araagi ist jetzt hier in der Mitte von allen. Geht auch direkt drauf. Aber Muradin kommt ja nochmal davon. Kriegt noch eine Heilung ab. Ja, er kommt davon. Aber Arthas fällt. Und da oben Nasty. Ja, der kann auch nochmal entkommen. Trotz allem sehr, sehr gut gehalten hier von SK. Zwei gegen zwei. Und das, obwohl sie hier zwei Level hinten waren. Zu Beginn des Kampfes. Also ein sehr, sehr guter Teamfight hier für SK Gaming. Hätte ich nicht gedacht, dass sie sich da so gut halten können. Aber es war halt auch ein bisschen überraschend. Und Tyrael hat einen sehr, sehr guten Job gemacht. So lange drauf zu bleiben. Und schön, das Ganze zu zonen. Das schauen wir uns nachher dann nochmal im Replay an. Und Whiskey Coca nutzt die Chance hier auf die Sea Giants zu gehen. Wollen halt nicht zurückfallen, was die Erfahrungspunkte angeht. Holt sich beide Bruiser und Sea Giant Camp gleichzeitig. Ich weiß nicht so ganz, warum Muradin jetzt hier den Hard Zone eingesetzt hat. Ah doch, okay. Alles klar. Sie haben ja noch den zweiten Terror. Den habe ich komplett vergessen. Er war die ganze Zeit noch verfügbar. Bald müsste es dann auch irgendwann wieder Nacht werden. Aber erst mal muss SK jetzt hier den Garden Terror verteidigen. Easy versucht hier unten noch die Bot Lane zu klären. Mid Lane wird jetzt hier von Sea Giants noch behakt. Und auch da müssen Aradi, Sameni und auch Link dran, um die zu klären. Aber Whiskey Coca, die wollen halt jetzt gegendrücken. Ja, TSS was, today is German Day. Tomorrow we'll be back for an English, äh, English Broadcast. So, der Garden Terror versucht jetzt hier auf der Bot Lane was zu reißen. Und jetzt kriegt er hier endlich auch das, äh, ja, die Wall weg. Und das war extrem wichtig, weil jetzt können sie wirklich auch in Teamfight eingehen. Sind auf Level 19, haben einen guten Level Vorsprung. Jetzt fehlt es halt nur am ersten Engage. Und der könnte halt kommen, wenn hier einer von den Helden mal in, in der Critterize Form ist. Aber bis jetzt hat es nicht so gut geklappt. Bis jetzt hält SK schön dagegen. Läuft nicht rein. Kann auch gut immer, ähm, den Pot aufhalten. Also auf dem Keep ist jetzt kaum Schaden ausgeteilt. Und so wirklich eine Öffnung findet hier Whiskey Coke gar nicht. Also SK immer schön in Bewegung, schön in der Konkave. Oh, da unten wäre jetzt sogar die Möglichkeit gewesen. Aber da war auch gerade Whiskey nicht so richtig in Position. Könnte es jetzt kommen. Da ist Judgment. Oh, Kumadoboss wird direkt rausgefokust. Snitch auch leicht in der Mitte da irgendwie drin. Roll kriegt hier einiges an Feuer ab. Und da kommt auch direkt Shrink auf ihn. Samuni versucht hier irgendwie nochmal ranzukommen. Aber Thrall wird rausgefokust. Jetzt können sie es umdrehen. Aragi viel zu weit draußen. Auch der wird rausgefokust. Aber kann nicht nochmal hochgeheilt werden. Oh, der kommt davon. Der kommt nochmal davon. Jetzt der Avatar von Fontop. Ja, aber sie können halt nicht zu tief reingehen. Sie können nicht zu tief reingehen. Maypalm hat es da auch nicht mehr richten können. Und jetzt kann hier SK wieder gegendrücken. Die sind alle sehr, sehr niedrig. Also das reicht nicht aus, dieses Eins, dieser eine Kill auf beiden Seiten, um hier den Keep noch zu holen. Stattdessen müssen sie gut flüchten. Nasty ist extrem niedrig. Oh, Snitch ist auch niedrig. Und bei Aragi und Link sieht es etwas besser aus. Also, so schnell hier kein Turnaround. Und SK hält sich wirklich sehr, sehr wacker. Und ich glaube, jetzt können sie halt Whisky so weit zurückstecken, dass sie auch die Chance haben, hier ihre letzten sechs Seeds zu kriegen. Ja, und die kommen jetzt hier auch schon. Perfekt gemacht. Whisky riecht das Ganze. Von Top an. Bisher alleine gegen vier. Jetzt kommt Roll noch mit dazu. Quantum Boss kommt, springt mit rein. Snitch, ja, erholt sich hier noch die kostenlosen Ziele, die auf der rechten Seite zurückgelassen wurden. Aber sie können es nicht aufhalten. Der nächste Garden Terror kommt und es sieht so aus, als wenn Samony auch direkt schon reinspringen will. Ja, genau das passiert. Schön wäre natürlich, wenn sie jetzt vorher schon schaffen, noch einen Helden rauszunehmen, wo Whisky Koker jetzt hier das vier gegen fünf irgendwie hinkriegt. Aber ob das so fix klappt? Ja, sie warten natürlich. Sie warten, dass SK hier auf den Garden Terror geht, aber das passiert nicht. Die warten genauso. Und jetzt haben sie ihren Garden Terror mit im Kampf. Und mit Samony dreht sich das Ganze natürlich jetzt schön in SKs Richtung. Oh, Snitch muss aufpassen. Der kriegt direkt zwei Stürme ab. Sie haben Level 20. Wir gucken uns gleich mal ihre Talente an, aber fürs Erste müssen sie erstmal gegenhalten. Ah, Raghi, schön im Root gefangen, aber Samony, der hilft halt einfach immens. Und können sie da, ja, die können den Pot nochmal aufhalten. So, Level 20 Talente, Legion of Northrend, mehr Ghouls, Advanced Lover Strike für Sgt. Hammer, Storm Shield für Brightwing, Big Red Button für den Odin und Unstoppable Force für den Avatar. Level 19 jetzt für SK. Samony da gut gefangen, aber er ist halt noch in seiner anderen Form. Jetzt poppt er raus. Und jetzt könnten sie den Fokus setzen, aber da ist schon der erste Heroic gezündet. Auf Seiten von SK ist er noch nicht allzu viel abgegangen. Jetzt kommt der Big Red Button, aber komplett verfehlt. Und Whisky-Kogel, die halben nicht mehr viel Mana, gerade von Top, komplett niedrig. Tyrael hat sich da ein bisschen zu weit rausgewagt. Könnte jetzt hier einen Stun abkriegen. Na, nee, reicht nicht ganz. Snitch hat er noch einen Root verfügbar. Nee, der wird seine Seiten gestunt. Da kommt der Big Red Button, aber wieder verfehlt. Und jetzt müssen sie aufpassen. Von Top wieder komplett ohne Mana. Araghi kommt rein, ein gutes Sundering nachgesetzt. Schön geteilt hier alles. Komado Boss kriegt einiges an Schaden ab. Kann er rausgefokust werden? Ja, er kann, aber auch Tyrael geht drauf. Roy versucht auf der rechten Seite davon zu kommen. Schafft er auch. Samony wird weit zurückgedrückt. Von Top wird rausgeschnuppt. Oh, Snitch, du stehst da mittendrin und du stehst allein. Erst die drückt von hinten nochmal ein bisschen nach. Und Tessata können sie rausnehmen. Es sind 3 gegen 2. Aber Snitch, der hat nicht mehr viel Gesundheit. Und den brauchen sie. Den brauchen sie für diesen Teamfight. Also eine gute Idee, hier zurückzugehen. Stattdessen eventuell die letzten Seeds noch zu schnappen. Und damit nochmal mit dem Garden Terror Druck zu machen. Denn jetzt gibt es wirklich lange, lange Respawn Timer. Das sind jetzt hier 40 Sekunden auf allen Helden. Da schafft man es sogar die Seeds zu sammeln. Und nochmal den nächsten Angriff zu starten, wenn sie fix sind. Wenn sie fix sind. Dasselbe sehen wir hier auf Seiten von SK auch. Holen sich hier auch nochmal den oberen Garden Terror. Ja, da hast du ganz recht, Akteos. Also, es ist sehr schön, dass Resurgence rausgenommen wurde. Weil vorher war es halt immer nur Resurgence. Also das ist fein, fein zu sehen. Raffel, die Beta kaputt. Oh ja. Whisky dreht um. Ich kann hier oben nochmal den Garden Terror angehen. Weil SK sind halt nicht untätig. Sie holen sich währenddessen immer noch ihr Siege Camp. und wollen halt so schnell wie möglich auch auf 20 kommen. Damit sie wieder eine Chance haben im nächsten Teamfight. Trotz allem, ich bin immer wieder erstaunt, wie SK es schafft, obwohl sie hinten liegen, die Teamfights noch so gut zu halten. Da sieht man einfach, dass sie halt extrem, extrem viel Erfahrung haben. Und mit einem anderen Draft, denke ich, wären sie ja auch das stärkere Team gewesen. Aber so hat Whisky Coca immer noch einen leichten Vorsprung. Und ich weiß auch nicht, ob sie den weiter halten können. Das ist jetzt so anderthalb Level. Das ist schon nicht schlecht. Jetzt gehen sie ja auch mit mehr Aggression voran. Holen sich hier Bruiser und Siege Camps. Unten fehlt noch ein Siege Camp, was sie noch nehmen können. Aber sie wollen natürlich immer wieder versuchen, auch noch einen weiteren Helden rauszunehmen vom gegnerischen Team, um dann halt vier gegen fünf in den Teamfight zu gehen. Leicht zu früh den Garden Terror genommen. Jetzt hätte unten noch ein Bribe drin sein können, von Brightwing, um die Sea Trients zu nehmen. Aber der Garden Terror bewegt sich auf die Bot Lane. Er bewegt sich irgendwie hin und her. So richtig wissen sie noch nicht, was sie machen wollen. Ja, in die Mid Lane spaziert er. Und auch da geht SK hin. Die warten hier drüben schon. Es ist halt das einzige, die einzige Lane, wo auch noch die Mauer steht. Der Pod kommt, wird aber gut rausgefokust. Kann nicht mehr so viel machen. Er hilft da einen Schaden hier rausgemacht auf die Tower. Und Snitch, der haut gut drauf. Jetzt fällt dieses Gate endlich. Und damit haben sie hier die Eröffnung gefunden. Aber Level 20 ist jetzt da für SK. Und sie haben Angel of Justice. Sie haben zweimal Ball of the Storm auf Thrall und auf Valor. Dann Twilight Archon bei Tessida. Und Divine Hurricane bei Uther. Nessie hat sich da hinten schon schön abgesiegt. Ein guter Reichweite reicht, glaube ich, ganz knapp ans Keep ran. Und Snitch versucht halt hier immer wieder schön, das Ganze noch mehr zu unterdrücken. Wieder mit dem Parent. Und ich glaube, jetzt kriegen sie auch den Kill of Skid. Und ja, Level 22. Kurze Zeit, zwei Level Vorsprung. Noch keine Heroics eingesetzt. Eigentlich müssen sie noch weiterdrücken. Eigentlich haben sie hier noch die Chance, was zu reißen. Alle noch mehr oder weniger mit voller Mana unterwegs. Wundert mich ein bisschen, dass sie jetzt doch das Ganze umdrehen lassen. Aragi, zu weit rausgewagt. Da kommt der Root. Und sie gehen nochmal oben drauf. Aber Uther kommt reingerannt mit einem schönen CC. Und Aragi auf der linken Seite. Kann da rausgefokust werden von den Ghouls? Nee, sieht nicht so aus. Doch, jetzt springt er nochmal rein. Will nochmal Massis Schaden rausholen. Aber das passiert nicht. Tessida fetscht stattdessen. Und da oben Link und Samini komplett abgeschlossen. Samini wird rausgefokust. Sie wollten auf Nasty gehen, aber das hat absolut nicht geklappt. Raul ist extrem niedrig. Kriegt nochmal einen Cleanse-Up. Und Uther haut da den letzten Schuss drauf. Vela ist die einzige, die jetzt hier noch am Leben ist. Und ich glaube, das könnte hier fast Game sein. Ich glaube, Whisky-Coco kann jetzt hier das nächste Keep kriegen. Und dann einfach auf den Core gehen. Das sind 50 Sekunden Respawn-Timer gerade. Auf Seiten von SK. Das ist immens. Das ist ultra lang. Es sind schon Kappapulte unten mit dabei, die Whisky-Coco erhalten. Das ist ihr erster Sieg, wenn sie das jetzt hier schaffen. Und ich glaube, sie kriegen es hin. Und das gegen SK Gaming. Das hätte vor einem Monat, das hätte vor zwei Wochen, das hätte letzte Woche niemand gedacht. Whisky-Coco holt sich hier den Sieg. Wow. Ich glaube, die Jungs, die müssen sich wirklich extrem freuen. Die sind in einer richtig guten Stimmung.